Diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die Etagenwohnung befindet sich in Erkrat. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, einen Keller sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 90 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 650 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017